Dass ich noch Singleplayer hatte, habe ich halt nach Spinnenspawnern geschaut. Ja, also da, ich habe vorhin, ich glaube, 5 oder 6 Spinnenspawner schon zerstört. Und ich glaube, da sind noch mehr. Oh, wir haben jetzt Weizen? Nein, das ist ja viel. Stimmt, und Kartoffeln, ich habe ja ein bisschen was zu anbauen. Ich gucke jetzt mal, was die Pferde alles so nehmen. Ach, und Eisen haben wir jetzt auch ein bisschen mehr noch wieder. Achso, du hast noch eine wertvolle Kiste gemacht. Ja, das ist die vorne, die kleine. Da hau ich mal die Disks rein, so. Ja. 13 haben wir zweimal, nice. Ja, dann kann man die schon mal für jedes Privatgemach nehmen und die grüne fürs Öffentliche oder so. Für den Abendsal. Sand kann man auch in die Erdekiste tun. Sprengstoff. So, ich denke mal so, ach nee, Erde kommt raus. Ja, wir sollten jetzt echt mal... Ein Lager. Eine kleine Lager, ja. Ja, wir könnten ja sowas wie eine Scheune bauen und da drin unser Lager. Obwohl, Scheune, da gibt Pferde rein. Weißt du, wie ich mein... Du kennst doch noch unsere Wikingerdorf, weißt du? Unser Wikingerdorf, weißt du? Ja, du hast es im Obergeschoss gebaut. Genau, ich hatte praktisch schon Dachboden als Lagerkammer und unten halt die Tiere. Ja, aber wir haben ja gerade noch einstöckiges. Und unser Haus ist zu klein für den Dachboden. Ja, ja. Wir könnten ja noch hier eine größere Scheune halt bauen. Stimmt, Scheune? Dann unten drin die Pferde und oben... Ja, guck mal, hier sind ja so überall, sag ich mal, Gehege. Und hier dieses vierte praktisch könnte ja ein Haus werden. Halt ein bisschen länger gezogen vielleicht. So jetzt geht das Gehege im Grunde aus. Wo es denn halt drei Ausgänge gibt, beziehungsweise... Ja, muss man immer sehen. Wie man es macht. Ich hab natürlich das Ding vergessen. Oh, Kürbis. Kann man die Wachrunde dazusetzen und... Oh. Würde gehen. Oh, ich hab gerade richtig Bock auf Minecraft. Ja, das ist echt so. Läuft aber auch gerade so. Ich wollte unbedingt Pferde haben. Ist einfach so. Das war mein Hauptziel. Erstmal. Erstmal Pferd. Obwohl, ich hasse Pferde eigentlich, aber in Minecraft nicht. Du hasst Pferde? Das magst du nicht. Aber, 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 aber warum? Ich mag sie wirklich nicht. Pferd schmeckt nicht. Alter. Uncool. Richtig uncool. Absteigen bitte. Aus was bauen wir die? Die bauen wir ja nicht aus diesem krassen Stein, oder? Also ich würde sagen, die Scheune so wie das kleine Bauernhaus eher. Im Stil. Ach nee. Die antworte mir nicht. Äh. Ja, schon in dem Stil. Naja, aber nicht wie die Festung in diesem anderen Stein, ne? Äh. Na ja, ne Scheune sollte schon aus Holz sein. Ne Holzscheune wollen wir bauen. Ich weiß auch eigentlich. Brennt gut, sagst du. Bitte? Brennt gut, sagst du. Die Ebene hier mal eben. Ein bisschen. Ich hab mal die Hühner ein bisschen dezimiert. So, ich hab mal die Hühner ein bisschen dezimiert. So, auf kleine Hühnchen gemacht. Ich hab alle großen Hühnchen getötet. Das sind dann alles Inzestkinder. Äh, aber kein Achtreck ist draußen. So, mal ein paar mehr Karotten werden mal. So, die müssen jetzt noch... Also, im Moment fangen wir eher mit Season 2 an, sagst du? Ne, wir bauen ja kein Dorf. Das ist ja nur unsere Grundversorgung und alles im Prinzip. Achso, und um die bauen wir dann später ein Dorf rum. Ja, unser Plan war übrigens zuerst Season 1 die Festung zu bauen und dann Season 2 das Dorf. Weil die Festung soll schon etwas größer werden, also wird schon ein paar Folgen in Anspruch nehmen. Den Berg hier, ja. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich die Minecraft-Folgen mache. Ich glaube, die werde ich nur 10 Minuten machen, weil, äh, durch das ich ja Full-HD habe und nicht so viel Upload-Speed habe, äh, ja. 10 Minuten nur? So, ist schon ein bisschen wenig, oder? Dafür, dass es jeden Tag kommt? Ja, schon. Boah, ich finde Viertelstunde eigentlich immer ganz gut. Dann mache ich es halt Viertelstunde. Ja, 20 Minuten müssen jetzt nicht sein, aber ich weiß ja nicht. 10 Minuten, das ist... Ach. Ich gucke mir am liebsten 15 Minuten Parts an. Achso, bei Gronkh und so. Deswegen weiß ich nicht, warum die immer schreiben, Mö, mach mal länger, öh, auf Befehl. Das kann ich mir gar nicht angucken, länger. Schon gar nicht Gronkh, ey, mit seinen Fails. Gar nicht SimCity. Äh, ja, Bäune, alles klar. Machen wir jetzt mal eine Eisenachse und gehen mit dem Holz fahren, würde ich da mal sagen. So, Rot haben wir jetzt auch. Schön, dass wir schon alles aus Eisen machen können. Ja. Wo hast du hier Saplings und sowas? Die Saplings sind auch da draußen. Was ich an Minecraft immer so schade finde, ist, man kann jetzt was so schön bauen und mit einem anderen Texture Pack sieht es dann so scheiße aus. Hm, das ist das Gute, dass wir beide auf BD gerade spielen. Ja. Bis aufs Wasser gefällt mir das eigentlich auch. Ich finde das Wasser ein bisschen gammelig. Ja, aber das dann, ja, dank Shader-Mod wieder richtig geil. Ja, dafür leckt es dann auch wie so. So, äh, wo steht denn die Sonne? Ach, geht gleich unter. Ja, am nächsten Tag. Alter, die Tage kommen mir irgendwie viel kürzer vor als die Nächte. Na, weil man am Tag einfach mehr macht. Das ist ja Quatsch. Mein Tag in der Höhle war lang, ich sag's dir, Alter. Bis ich da wieder rausgefunden hab. Boah. Bis uns jetzt noch an den Ketter der Haare beginnt. Okay. 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 welches level hast du 21 fast 22 ich hab 26 aber ich dachte wenn ich nicht gestorben ich hatte ja schon mal 25 ungefähr das dschungel morgen früh werde ich immer dschungel holz holen so die scheine scheine werde ich an vorschlagen von der größe her ja gut aber ich meine wenn wir eine festung bauen dann sieht jetzt so eine kleine scheine hier unten auch scheiße aus die nachträglich umbauen ist auch immer gay ja baute dich genau in meine fresse und von der größe her... alter was hat er gerade... ach so gut nur ein erdblock dieses dealer wieder ne da kommt ein mini zombie angerannt ist wieder richtig horny sag mal brennt der nicht? der brennt nicht der arsch! ein creeper... halt ja die sind zu schnell ne? oh mein hund regelt... mein hund richtig horny das ist gefährlich mit hunden... der ist umgeschnitzelt... sag mal junge kannst du mal da raus gehen? na gut solange er nur den ding immer in der hand hat nur den erdblock... stehlt da nix anderes... also so die größe würde ich sagen für die scheine da kann man gut die gehege mit anschließen so wie sie gerade stehen da fällt mir ein ich wäre dafür übrigens mob grieving auszumachen... ja... das creeper explosion auch? ja... ja ist er mit dabei beim grieving... finde ich nicht unbedingt schlecht ja... ich mein wir bauen hier ja jetzt wird er eher auf ästhetik und immer dann so löcher in die landschaft reißen... hmmm... ja... game... disabled... kann man das einfach so ausmachen? ja... 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 ok... mal gucken... aus... so... you do not have permission to use this command... bla bla bla... alter... Moment... game rule... disable... nee... ich geb mal zu pin... okay... übrigens hat keiner von uns eigentlich OP-Rechte damit... keiner... sagen kann... wir würden... irgendwie cheaten... beziehungsweise bei mir würden wir es eh sehen... ja bei mir auch wenn ich äh... game-mode anwechsel oder so... steht ja auch noch drin... gut... so wird man aber auch neu als er nicht in Versuchen geführt... ja... klar... also so würde ich sagen sieht's ganz gut aus, oder? oder ganze Blöcke unten... ich weiß es... ich kann mich grad nicht entscheiden... game-rule has been updated... ja... ok... ich probier's kurz mal aus... damit man nicht böse überrascht werden... äh... ja... fuck... wenn so die Inkarnation eines Fails, ne? jup... ach so... hm... wenn mal eben... game... game-mode ist, dann interessieren... creeper... ok... ist disabled... schön... äh... das noch... den... den weg... game-mode... null... de-op-delta-re... und... echt nice, dass man sich selber de-open kann... was ich sagen wollte eigentlich... ähm... ne... zu breit... das ist... hier sollte schon zwei... äh... zwei breiter Gang zwischendrin sein... grad weil hier auch die Eingänge sind... jaja... ich hab ge-failed... das wollte ich eigentlich auch... ähm... ich hab mich grad nur gewundert, warum das nicht verpasste ist... warte mal ich kurz mal Erde holen... äh... die... wir haben keine Erde hier... fuck... die hab ich genommen, um hier zu dingsten... ähm... zu dreben... so, ne? so? ah, so... warum machst du jetzt hier Sand hin? das sind die einzelnen Kabinen... obwohl... warte mal... die brauchen nur eins... Pferde? ich weiß nicht wo... ach so... Pferde machst du jetzt, ne? ach scheiße... Pferde brauchen zwei, ja... die sind zwei breit... ja, dann muss es so... das heißt... hier... aufhören lassen, würd' ich sagen... dann machen wir hier den Eingang... ach... ach so... so meinst du, ne? ja... und dann hier rüber ziehen... die waren da so... die zwei hier weg... okay... unter mir dann den... Eckpfeiler... genau... ah... alles klar... ne... warte... oder? ne, ne, ne... den Eckpfeiler musst du unter mir machen... ach so, der muss noch einen... ja, ja... dann passt's... und ich würd' sagen... den... den Gang innen drin machen wir auch... zwei breit... und... eu...